Das sind 8G und mehr. Mindestens. Und glaubst du, dass der Patrick da hier den Bergschuh anhusten wird? Also, wenn der Patrick noch mal landen wird, ich würde ihm glatt an mir ausgehen. Ja, ich hoffe, der Patrick kommt noch mal zurück. Ja, aber einer von uns. Lass es klacken, Patrick! Die Wahl ist! Und der Patrick! Hoch in den Eiffel, senkrecht! Und da hängt er sich an dem Profeller! Geil! Perfekt! Verstehen Sie sich das mal vor, meine Damen und Herren! Die Belastungen, die auf den Körper da zukommen, das ist unverstellbar! Das ist eine Rolle aufhört! Ja, das ist ein Ziel! Das ist wieder negativ! Ja, das ist das Gas-Spiel! Schau, 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 schau! Super! Ja, Patrick! Und der Registrar! Wunderbar! 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 Ich würde sagen, nach spätestens drei Minuten nehmen wir so was vom Konzept mehr. Schau, schon wieder negativ! Das ist unvorstellbar! Negativ! Das ist das Schlimmste, das man sich vorstellen kann! Das ist ein einfacher geiler Drecksau. Da rückt die Nation aus dem Schil raus! In den Helmreihen! Ohne Helm würde es hier nirgendwo auf der Cockpitscheibe bieten. So schaut's aus! Alle vertreten, ja kann das! DJ EG hat die Musik perfekt zur Choreografie abgestimmt, oder?